Wir haben jetzt die erste Hälfte unserer Ich-Much-Reise hinter uns. Bisher haben wir uns überwiegend mit der Sonnenseite der sozialen Netzwerke beschäftigt. Jetzt werden wir uns auch mit der Schattenseite beschäftigen. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, warum digitale Missverständnisse so viel schneller entstehen? Was die Fettnäpfchen im Internet sind und wie ihr diese vermeiden könnt? Dazu bekommen wir einen Input von Maria-Christina Nimmerfroh. Sie ist Psychologin und Hochschuldozentin. An ihrer Seite wird Dr. Ralf-Oliver Gräf stehen. Er ist Fachanwalt für Medien- und Urheberrecht. Er wird Fragen beantworten wie, gilt mein Recht am eigenen Bild auch digital? Oder kann mir der Arbeitgeber Social Media verbieten? Wir wünschen euch in dieser Woche viele neue Erkenntnisse. Ich bin hier 1948. ...ir ist, warum ich mich nie so. Ich bin hierher und meine Eltern verbetde. Ich bin hierher. Vielen Dank.